Nein, warum spawne ich denn immer wieder beim Anfang? Das ist eine gute Frage. Auch mit dem pinken Piggy-Kopf? Ja! Nein! 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 Ich habe mir jetzt 25 Level mal geholt. Noch nicht mal hat das funktioniert! Hey Leute! Was geht? Kann ihr mit? Piggy? Anscheinend! Was ist hier los? Warum haben wir so einen Piggy-Kopf? Müssen wir vor uns selber entkommen heute oder was? So sieht es aus! George, was ist los? We need to escape this place! Ja, wir haben schon wieder eine neue Piggy-Obi und guck mal, wer da oben rechts ist. Guck mal! Ich will nicht gucken! Guck mal! Mr. Potato! Was? Mr. Potato? Hieß hier nicht Mr. P? Ach ja, da! Die Kartoffel! Ja stimmt, ich habe gerade Riesen-Piggy gesehen. Aber ich habe auch nach links geguckt. Das sowieso! Ich habe auch nach links geguckt. Du hast gerade gesagt, guck mal nach rechts und ich habe nach links geguckt. Der Klassiker. So und wir müssen heute wieder aus dieser Obi entkommen. Ja, mal schauen. Ja, weil Piggy hat ja keine Kapitel. Vielleicht ist das ein Zusatzkapitel, dieser Obi. Wer weiß, du guck dir mal. Jetzt kannst du hier mal gucken. Guck mal. Ganz viele Piggy's. Und vielleicht werden wir unseren Kopf ja los, wenn wir diese Obi geschafft haben. Aber ich bin mir da nicht so sicher. Meinst du? Aber eins muss ich dir sagen. Diese Obi sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Ja, und die ist so... Also ich finde, die sieht sehr unkonventionell aus. Also die sieht anders aus als alle anderen Obis, die wir bisher gespielt haben. Weißt du, wie ich das meine? Ja, weil das hier diese Piggy-Welt ist. Ja, auch diese Wasserfälle da drüben. Sehr, sehr cool. Vielleicht sind wir im Piggy's Traum gefangen. Oha. Oh nein. Was ist denn mit den Checkpoints hier? Welche Checkpoints? Oh, warte, warte. Wo siehst denn du Checkpoints eigentlich? Ja, ich sehe ja keine. Das ist ja das Problem. Aber oben rechts steht, dass wir bei Level 5 sind. True. So, ist das ja wählen nicht den falschen Weg? Warum bin ich wieder am Anfang? Ganz am Anfang? Oh, ich glaube, diese Obi schickt uns immer wieder zum Anfang. Das heißt, diese Obi müssen wir in einem schaffen. Oh nee, wirklich jetzt? Deswegen ist das die Piggy-Obi wahrscheinlich. Das wird schwierig, sage ich dir. Hä, nein. Mich hat sie gerade nicht zum Anfang zurückgeschickt. Nein? Nein. Warum dann mich? Das weiß ich nicht. Guck, ich habe auch meinen Piggy-Kopf nicht mehr. Ja, den habe ich auch nicht mehr, nachdem ich gestorben bin. Aha. Nö, also mich schickt immer, also pink, blau und dann weiß ich es aber auch nicht. Ich denke rot, ja. Wenn ich jetzt wieder zum Anfang muss, dann gibt es richtig Ärger. Dann stimmt wieder was nicht. Äh, pink, blau, rot und dann wieder rosa. Ich darf immer wieder zum Anfang. Ich glaube, Piggy hat was gegen mich. Ja, das glaube ich. Hä, fliegst du immer wieder zum Anfang zurück? Ja! Hä? Also gut, dann kann ich mir zumindest den Piggy-Kopf immer mitnehmen. Aber warum fliege ich immer wieder zum Anfang zurück? Das verstehe ich nicht. Das ist eine sehr gute Frage, weil ich starte immer da, wo ich gerade gestorben bin. Weil bei mir steht auch Level 5 und trotzdem... Hast du irgendwo einen vergessen? Nein, also... Ja, sonst würde ich ja zu dem zurückkommen, wo... Stimmt. Was war das jetzt? Lila, blau, rot... Ähm... Ja. Und pink? Und pink, ja. Genau. Guck, jetzt bin ich hier bei Level 6. Und danach? Immer auf die gelben oder auf die pinken? Ist egal, ich habe einfach Leertaste durchgedrückt, ehrlich gesagt. Und da fällst du eigentlich nicht so schnell durch, würde ich sagen. Das geht sogar noch. Ey, das ist so eine nice Obie. Die ist so, so cool. Nee! Mann! Mann! Geht's noch? Nee, es geht nicht mehr. Es geht einfach nicht mehr, okay? Ich habe ein bisschen Angst, dass ich wieder zum Anfang muss, wenn ich hier mal sterbe. Mal gucken, ich bin jetzt auch Level 9. Ja, ich weiß nicht, warum du immer zum Anfang zurückgesporn wirst. Hast du was mit meinem Account gemacht? Wann hätte ich das tun sollen? Nein, nein, oh Gott. Du musst immer vorgehen, tut mir leid. Ist okay. Ähm. So, hier passiert nix. Okay. Guck mal, man kann auch im Wasser die Schatten von Pigi sehen. Sieht ein bisschen gruselig aus. Stimmt. Guck mal, hier hinten. Das ist er, aber ich muss sagen, die ist echt cool hier. Gefällt mir. Oh, guck mal, da ist ja noch ein Schattenpigi. Siehst du den? Nein. Nice, nice, nice. Nein, nein, nein. Spawnst du jetzt wirklich? Nein, warum spawne ich denn immer wieder beim Anfang? Das ist eine gute Frage. Vielleicht liegt das an diesem Kopf. Ich nehme mal den pinken Kopf, den hast du ja auch. Ja, nehme mal den pinken Kopf. Vielleicht hilft mir der. Stell dir mal vor, es ist einfach das. Das wäre ja auch recht hart. Ist das so ein Roboter-Pigi hier? Kann sein. Ach, jetzt bin ich wieder beim Anfang. Und Danja darf natürlich wieder weitermachen. Sorry. Das ist wieder sowas von fies, ne? Ich weiß wirklich nicht, woran das liegt. Ich glaube, du bist mit Pik... Also, ich kann mir vorstellen, dass du wieder die Verräterin bist, wie damals. Icke? Ja, du. Nee. Oh doch. Nee. Oh doch. Nein, ich bin voll die Nette. Nein, jetzt bin ich durch... Ich bin so blöd. Das habe ich gar nicht vermisst, ne? In diesen Obis. Nein, nein, ich bin schon wieder beim Anfang. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Auch mit dem pinken Piggy Kopf? Ja! Es tut mir wirklich leid. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Ich weiß es wirklich... Ich weiß es beim besten Willen nicht. Weißt du was? Ich gehe jetzt nochmal raus und ich gehe nochmal rein. Ist mir egal, ob ich... Vielleicht liegt das daran, dass ich auf dem gleichen Server bin wie du. Hä? Aber wahrscheinlich komme ich jetzt auf den gleichen Server. Natürlich komme ich auf den gleichen Server. Ja, was soll das denn aber damit zu tun haben, ob du auf dem gleichen Server bist? Ja, vielleicht hast du das hier manipuliert. Kahn. Wie sollte ich das denn manipulieren? Und sagen hier bitte, kein XY darf immer nur am Anfang spawnen? Guck, jetzt komme ich auch... Jetzt steht bei mir auch nicht Level 2 oder so, sondern... Ey, dieses Spiel hat was gegen mich. Ehrlich, ich schwör's dir. Es tut mir wirklich... Es tut mir echt von Herzen leid, aber ein bisschen lustig finde ich es trotzdem. Ja, ja, ja. Ist ja schön. Man möchte sagen, ausgezeichnet. Na, möchte man das sagen. Also, vielleicht ist es bei mir auch einfach nicht normal, dass ich immer wieder davor spawne, aber... Glaube ich auch nicht. Ich glaube, du hast irgendwas gemacht. Ich... Ich hab nix gemacht. Ich hab auch keine Robux mehr, um irgendwas zu machen. Das kommt noch dazu. Mhm. Würde ich jetzt auch sagen. Was würde ich jetzt auch sagen? Hör auf, mich anzudickchen. Würde ich jetzt auch sagen. Ich habe nichts getan. Aber ansonsten... Ich mein, wenn du Hilfe brauchst, wenn ich fertig bin, komm ich vorbei und helf dir. Ist überhaupt gar kein Problem. Guck, jetzt steht hier Level 13 und was weiß ich. Ja, aber stand das nicht vorhin auch schon die ganze Zeit? Nein, mhm, mhm, mhm. Ah, du... Ja, du hast lau. Ich schaff diese Obi in einem Zug. Dann beweise ich dir noch mehr, dass ich jetzt... Würde ich bin vor, Piggy zu entkommen. Mit an... Muss ich hier eigentlich auf gelb oder auf rot? Wo? Diese, weiß ich nicht, Pommes oder sowas das hier ist. Auf rot. Also nicht in die Pommes laufen. Nee, auf gelb, auf gelb, ja. Ja, die Pommes ist aber rot, wollte ich gerade. Ja, ja, ich... Ich hatte es gerade nicht mehr ganz im Kopf. Ja, ja, du... Guck, du... Siehst du... Hey, ich hab doch sogar gesagt, einfach nicht auf die Pommes laufen. Ey, ich krieg zu viel. Hier bin ich mir wieder am Anfang. Ich krieg hier zu viel. Ehrlich. Nicht jetzt? Aber warum passiert das denn? Okay, gut. Uh, knappe Kitz. Ich hätte jetzt echt... Ich hab mir jetzt 25 Level... 25 Level mal geholt. Ist es gekauft? Mal gucken, ob das was bringt. Ja. Wozu? Noch nicht mal das funktioniert! Wie meinst du nicht mal das funktioniert? Ja guck mal, ich bin jetzt, guck mal rechts bei welchem Level ich bin. Ja, 41. Ja, aber ich starte immer wieder bei Level 1. Echt? Ja, das ist, ich sag doch, das Spiel ist verflucht, Leute. Ja, das ist ein Piggy-Spiel, weißt du? Ja, genau deswegen. Also ich glaube, spätestens wenn Khan da ist, wird es ihn äußerst ärgern, wenn er wieder anfängt. Was war das denn? Hier ist so eine Rutsche und da rutschst du halt direkt auf einen Checkpoint. Och nee. Ich komm rüber, so bringt das ja nichts. Ich komm rüber. Ja, komm rüber. Ach Mensch, das tut mir aber leid. Kann natürlich auch sein, dass er mich veräppelt, ne? Das ist natürlich auch möglich. Für den Fall, Khan, ich hab's gewusst. So. Ja. Mann! Was denn? Was ist das für ein Spiel? Ich weiß es doch nicht. Ich kann auch nichts für. Ich kann auch nichts dafür. Aber ich habe auch schon gesagt, hast du mich irgendwie veräppelt oder so? Hast du mich reingelegt? Nein, wirklich nicht. Echt nicht? Wirklich nicht. Okay. Diesmal nicht. Ich wünschte, es wäre so, aber nein, es ist nicht so. Du hast ja halt auch so Elemente, wo du halt extra stirbst. So. Und dann startest du hier wieder. Hä? Was meinst du? Naja, du rutschst hier runter und stirbst dann quasi. Das gab's jetzt schon zweimal. Ah, okay. Und dann startest du wieder da. Deshalb wundert es mich erst recht. dass du immer wieder am Anfang anfangen musst. Weiß ich nicht, wer ist das? Ich glaube, das ist irgendein Bug oder sowas bei mir. Ja. Ich glaube, Piggy möchte einfach nicht, dass ich entkomme, Daniel. Kann das sein? Ja, ich glaube allerdings auch. Kann es sein, dass du mit Piggy unter einer Decke steckst? Kann es sein, dass du mit Piggy unter einer Decke steckst? Nope. Glaube ich dir nicht. Na und? Das ist ja nicht mein Problem. Aber ich bin gleich fertig. Siehst du das? Ich hab's dir gleich geschafft. Ich glaube nicht. Nee, du bist ja schon bei 41, ne? Siehst du? Danach geht's bestimmt noch weiter. Oh. Aber da ist doch gar nichts mehr nach oben. Nach unten. Hä? Aber woher weißt du das jetzt? Was? Ach, da. Aber warum weißt du denn, dass es da nach unten geht? Ja, weil es anscheinend so ist. Ja, aber das wusstest du ja jetzt schon, bevor ich's gesehen hab. Weil da einer reingesprungen ist, wirklich. Ach so. Okay. Ich weißt nicht. Du bist halt einfach bei Level 41. Mann. Aber ich hab dich halt auch mehrmals da hinten wieder gesehen, deshalb. Which one do I pick up? Hm. Die hier? Den hier? Ich weiß nicht. Das war ne falsche. Falsch. Aber wie du gleich sehen wirst. Ja. Ja, super. Tut mir leid. Tut mir echt leid. Ja, mach ich. Aber das ist zu einfach, oder? Geradeaus ist doch zu einfach. Ja, geradeaus ist zu einfach. Versuch's mal rechts. Vielleicht muss ich auch gar nicht da unten durch. Kann auch sein. Wo willst du denn sonst lang? Weiß ich nicht. Oben lang. Siehst du? Ja, geschafft. Ja. Aber jetzt find ich ja immer noch. Ach, du hast gewonnen. Ja. Habe ich geschafft. Cool. Oh, kann ich das? Oh, guck mal, wie nice. Nice. Ja, super. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Und du hast es nicht geschafft. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Daniel hat's geschafft. Wer hat's geschafft? Daniel hat's geschafft. Woofід chil poetisch. Ho màялden wh 유ven Joint. Das mach okay? Das mach ich. Ja, klar. Te c pl sticks. Ja, klar. Schaaf jaюf ja. Bis zum nächsten Mal.